Ja, wir teilen uns die Alza zum Training und ich wünsche den Jungs und Mädels viel Glück in China. Ich finde das eine ganz tolle Verbindung, gerade im Hinblick auf die Olympia-Bewerbung von Hamburg, dass Hamburg Athleten, Menschen aus aller Welt hier begrüßen möchte und dass es jetzt andersrum ist, dass die Jungs und Mädels nach China fahren und ja, ich finde das einfach eine tolle Verbindung. Ja, danke. Das war ganz übersehen, ich weiß. Danke. Danke.